hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play skyrim legendredischen endroll ja wir sind immer noch einmal kunden der welt wie man das auch nennen will stehen hier vor der memoness to be westgard sagen da gehen wir doch mal rein einfach ja mal so ausgerechnet also was heißt aus ich habe so einen groben zeit voranschlag erstellt der sagt mir dass 20 folgen schätzungs also habe ich mir gesagt dass es 20 folgen vermutlich dauern könnte bis wir hier alles durch haben was geiler mit den zeichen also es ist doch schon mehr als meine gedacht hatte irgendwie hier ist doch ein markisches symbol ja hallo so aber im endeffekt dann doch kein problem eine trufe brauche ich auch alles mittlerweile nicht mehr ja wir sind immer noch dabei wenn es übrigens immer noch nicht klappt dann werde ich die folgenlänge übrigens mal verlängern müssen erst auf 40 dann 45 minuten wenn es dann nicht geht ja dann muss das halt in die richtung eine stunde gehen ich meine mein king ist auf aber nur let's play ist ja aber nicht anders was das angeht von daher das ist schon machbar aber wird dann schon anstrengend weil ich will halt schon in einer gewissen zeit so das schaffen sage ich mal okay aber ich müsste eigentlich mich mal heilen ja komm unvergleich dieses brot ist doch perfekt das ist perfekt um sich zu heilen also ich dachte es wäre ein stück geld also ein geld rank sauber buch erdung schrank schatten okay das ist nicht immer so schlimm denn man sieht so viel kann es aber dann am ende doch nicht einsetzen so jetzt die frage wen greift man zuerst an aber ich glaube das ist relativ egal weil entweder wir hatten zwar gerade relativ wenig leben aber im endeffekt ist es dann doch nicht so schwer sabbat dunkelhand äh äh so greifst du uns nicht an sag mal klauen der gefallenen ist das ein rüstungsstück was sie brauchen ist gar kein schuh habe ich ja jetzt ich habe alles aufs garag das ist es ja und der gefallenen haben auch weniger ja okay da brauche ich nur noch eine skara grobe das ist das problem okay ich dachte schon ich kannte das ja irgendwo ne und dann klar gut das ergibt aber so natürlich auch sinn aber ich weiß noch unser erster boss das war so übertrieben schwer und jetzt also ich weiß nicht ob das bosse sind wenn man sie so nennen will aber aber geht ja zumindest in die richtung ne äh äh okay das problem ist dahinter ist anscheinend dieses ding das heißt hier muss irgendwo ein schalter irgendwas sein das hier dadurch können ähm 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 ne ist nichts da war nichts gewesen vielleicht hier draußen irgendwo Ich meine, wir haben ja hier diesen Typen auch besiegt. Okay. Massive Truhe, Experte, okay. Ei, ei, ei. Na gut, das kann natürlich wirklich schwer sein. Ei, ei, ei. Scheiße. Irgendwo hier zwischen muss das sein. Ah ja. So. Na ja, so gut war das jetzt auch nicht, ne? Ein Raeler Krustenbrot, doch gucke mal. Aber. So wie was, was ich erwartet hätte, war es jetzt nicht. Kann ja jetzt sein, dass hier nichts ist, ne? Vielleicht muss ich aber auch einfach nur von der anderen Seite natürlich da drauf. Das ist natürlich durchaus denkbar. Dass das einfach gar nicht der richtige Weg war. Sondern ein anderer gewählt werden muss. Versteht ihr? Dazu müsste ich natürlich hier relativ, hier ist nur dieser eine Weg. Hier ist nur dieser eine Weg. Wo befinden wir uns denn in der Monastery in Westgard? noch mal so aus Interesse, äh. So. So. vielleicht ist hier ja irgendwie so ein hebel oder so das kann auch nicht sein hier ist auch nicht ach da sind wir da einfach nur von der falschen seite oder wie muss ich das verstehen dann sind wir hier einfach falsch rum na gut er kam hier auch so nicht rein sonst ja eins schon ach so das andere auch okay ja wir sind einfach falsch rum reingegangen das war dann wahrscheinlich der ausgang einer dieser berühmten momente wo sowas passiert dann ist das auch nicht weiter schlimm ich verstehe es nicht jetzt das ganze ding falsch rum erkundet sie funktioniert auch nix ja ja dann muss man es mir verzeihen dass ich hier alles andersrum machen muss weil das problem ist dass ich es nicht richtig rum gemacht habe da hätte man lang klettern müssen und alles in pipa boom dann wüsste ich gerne wo wir gerne rein gekommen wo wir reingekommen wären also wenn wir richtig rum gewesen wären wo das gewesen wäre weil so also so rum ist es logisch und sinnvoll mit den ganzen fallen nur halt wie wir das gemacht haben war war natürlich auch so wahrscheinlich nicht möglich nicht gedacht aber man muss mich ja jetzt gerade nicht stören weiß cheater an die wand mit ihm ist dann eben so ich muss bei allem was ich hier mache gerade andersrum denken eigentlich quasi so das ist der raum den ich eigentlich erst danach quasi davor also jetzt wüsste ich gerne okay irgendwie passiert da gar nichts hallo sehr sonderbar gut da passiert gar nichts ist jetzt auch nicht ganz korrekt aber okay also ich komme von hier wo ich hingehe also ich komme von hier wo ich hingehe hei 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 so also es ist alles ein bisschen ja falsch rum halt eben was haben wir denn hier aufbereitung der kristallquelle genesungs trank gold noch noch mehr gold interessant tja das würdet euch gerne wissen ne so ja und das war es mit dir schuh okay und hier wäre dann der ausgang der eingang gewesen dann ist es alles natürlich logisch und klar da ah ok ok hier nein hier war alter ok ok ja das ist natürlich nett so machen wir mal ganz normal weiter wir wollen uns nicht weiter in diesem komischen gelände das fand ich auch sehr 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 schlimm das gelände so aufhalten sondern ja wollen jetzt hier nach rechts wahrscheinlich über diese brücke oder hi durch das tal ich mag es wenn wenig berge irgendwo sind hey 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 so huch schon wieder ein level up ähm okay hier ist auch schon wieder irgendwas was wir hin können anscheinend frage ist wie wann und warum die bäume können wir nicht nutzen da sich auf jeden fall eine branke die ist auch relativ leicht zu erreichen gewesen also es war gar kein problem würde ich mal sagen so jetzt ist die frage wo sind die anderen auf der anderen seite da oben wie komme ich denn da hin vermutlich muss ich dafür irgendwie hier rum ne dann mache ich erst die anderen muss ich weil andersrum geht es nicht klar so wo sind die denn ich vermute mal hier wenn man da rein geht irgendwie ach ne nicht schon wieder diese ehrlichter oder wie diese dinge heißen lassen das alchemistenlager du kannst sie halt echt nicht treffen ne das ist halt das schlimme so ist hier nicht eins ne unten links da ist irgendwo eins die frage ist warum bevölkern ihr lichter viele hier lichter so ein altes alchemistenlager das ist vermutlich eine berechtigte frage hier sind schon wieder so viele steine und da kriege ich werde die krise bei sowas überall steine und mauern und du kommst nie vorbei und immer ist irgendein scheiß im weg es kann ein so unfassbar aufregen das glaubt man gar nicht so direkt hinter mir wieder eigentlich direkt geradeaus irgendwo ah das ja also versteckt war der aber nicht äh naja oh ein fuchs süß äh so die schnichte ist da oben find all magical symbols bei dieser wasserwacht ok frage wie kommt man da hin antwort ich denke mal hier rüber hier war ich ja das ist ja das haus von dieser frau gewesen ne von dieser hexe von der mutter bei dieser mit dieser kunstgeschichte was das da war ist eigentlich eigentlich logisch dass da irgendwas sein musste und hier haben wir zum ersten mal tatsächlich dass wir so eine markierung kam finde ich sehr gut finde ich sehr 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 gut so habt ihr es gesehen alles hat sich verändert auf der karte ne anscheinend wird das dann wirklich komplett jedes mal durch gemischt was man dann ja finden soll und was nicht quasi ich fände sehr gut oder sehr lobenswert wenn man einfach die nähesten sachen immer auf dem radar hätte moin ey 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 du wagst es doch nicht unfassbar schmuckstatt oder experte hab ich nicht so eine rolle äh verbrauchsgegenstände wo sind die denn ach schade hab ich nicht okay so und du auch noch ja du kannst gerne mit dem bogen auf mich schießen aber wird dir nichts bringen so gestorben bist du trotzdem so ähm ich wollte doch wieder 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 dahin genau ich danke das wird eine eisbranke sein weil das sieht so natürlich aus also in so einem natürlichen ort ist eine eisbranke 88 von 100 von 222 die hälfte ist 111 ok war einfach zu reichen ich dachte erst es wäre komplizierter ok dann ist da noch irgendwo in der höhle wo man rein kann scheinbar äh wie kommt man da rein oder da hoch scheint wenn man hier ein bisschen rum geht ach es ist wieder grün das ist schön keine nervigen steine die einen irgendwie hindern irgendwo rein zu gehen also es ist zwar gerade der fall aber ja hi skrack jau der ist aber stark gewesen ja jetzt aber nicht gerechnet so hey hey hatte ich sogar gewöhn bringen geld das ist nett so ist das der richtige punkt ich vermute mal gerade einfach ja ein lichthain ok ist das auch das wo ich da rein muss ja und leidung so ich scheiße zu den dungeon mache ich jetzt noch oh gott ok da da war okay Ah, die sind stark, diese Skarak-Krieger. Immer noch, finde ich. Also, kann ich schon mal so sagen. Wegestreuen Fall. Aber was bedeutet auch, dass sie 4 LXP geben und die kann ich immer gebrauchen. Außerdem wird niemand stark genug sein, wenn ich mich von hinten an ihn ranschleiche. So wie bei ihm. Ah, hier sind wir. Okay. Dieses Skarak-Bögen haben ein gutes PL-Verhältnis. PL im Sinne Alter, das ist jetzt auch mal wieder so gut. Aber das, eigentlich ist es gar nicht so special. Das erinnert mich an einen bestimmten Ach, da oben ja da hinten. An einen bestimmten, ich weiß nicht, wie es heißt. Da ist irgendeine Mission von der Divis gilt, glaube ich. In dem Dungeon. Der bei Skyrim so aussieht. Ich kann echt nicht gerade beziffern, welcher das ist. So. Okay. Alter. Schade. Okay. Ja, dieses Ransum ist echt nicht schlecht. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Ohoho. Nice. Das Wasser war wohl nicht tief genug. Joa. Aber das sind ja die Leute von den Inseln von Skarak, wenn ich das so richtig verstehe. Dieses Skarak-Krieger, oder? Dieses sagenumwobene Volk. Damit haben wir wirklich Kileana, Endraela sowieso natürlich, Mirimesen, Skarak. Was fehlt denn dann noch? Gar keiner mehr, ne? Hi. Ohoho. So. Ach, diese Dinger sind toll. So. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ach so, ich schmetteren gegen Glas. Das war's. Ein Dämonenherz. Okay. Ich hab gerade gesehen, ich mein Teil hat hier keine Ladung mehr. Mein Bogen. Ach, der hat noch. Der hat noch. Das ist eher nicht das Problem. Das wird übrigens überlänger, aber ich will halt die Folge, den Dungeon hier in dieser Folge noch zu Ende haben. Das ist die Frage, wie komme ich hier hoch? Weil hier hinten war doch eine Pranke. jawohl. 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 Das ist einfach. Ey. Äh, wo bist du? Äh, wo bist du? Okay, das war nicht schwer. Ich weiß nicht mehr genau, was das für einer war. Der Skarak Hexer. Okay. Nambrosian, Stab. Dings, dings, der Gefallenen. Ist das, ist das auch, was ich habe? Äh, Rüstung, so. Achso, ich hab Skarak nicht der Gefallenen. Ist mir schon zum zweiten neugierig diese Folge passiert, oder? Ich glaube ja. Naja, ähm, haben wir auch diese Folge wieder einiges geschafft. Naja, kann man eigentlich nicht so sagen, aber ein bisschen haben wir geschafft. Das wird noch länger dauern, glaube ich. Bis wir jetzt komplett haben. Mh, aber, man muss sich ja die Zeit nehmen, ne? Um die Welt zu erkunden. Und es gibt hier anscheinend so fucking viel zu erkunden. So. Ich weiß noch nicht, wie wir ich das nächste Okay, Leute, überlänge. Die Folge ist noch nicht vorbei. Anscheinend ist hier irgendwo noch eine Eisklaue, Franke. So, nur wo? Da und da? Was? Was? Also, eigentlich hab ich die eine Uh. Schon eingesammelt. Ich mach's nur kurz bei TCL. Würde ich sonst doch nie machen. Wissen wir doch. Oh. Äh, hi. Hä? So. Okay. Oh, 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 oh. Ey. Äh. Ui. Ähm, hallo? 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 okay. Ein Groschen. benötigt ein schlüssel den habe ich klar okay hier ist anscheinend doch noch was drin dann ist die frage des seelenstein wo vielleicht doch noch die anderen singer sind hier unten eventuell Okay, wo komme ich hier raus? Alter, was ist denn hier? Fuck, es ist ja das Heiligtum des Garg anscheinend. Alter, wie gruselig. Das ist ein bisschen gruselig schon. Die andere Eisklau ist hier auch noch irgendwo. Also das zu finden war jetzt tatsächlich gar nicht so einfach. Wow. Irgendwo, hä? Hier ist wieder der Hauptraum. Ich weiß jetzt gerade nichts. Warte mal. Ich komme mir so richtig räudig vor. Äh. So, wo befindet sich das? So, hier irgendwo links. So, exakt hier. Äh. Oder hier oben. Ach, hä? Wo zur Hölle befinden wir uns hier? Okay. Ähm. Ich habe mittlerweile gar keine Ahnung, wo wir uns befanden. Mhm. Ja. Was soll ich sagen, ne? Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und ja. Ähm. Ciao. Ciao. 卓